Mich kann man nicht schocken, da hast du keine Scheiben. Hallo und Willkommen zurück hier bei der Laufzeit von Studio. Wir sind wieder da bei Rasa El Sariks Poison und diesmal auch der Frag nicht. Hi. Sie müssen enthusiastischer sein. Ach so, ja, Leute. Hi. Hab ich zu gut gemacht? Ja, hast du. Wie schon gesagt, Marcia, mich kann man nicht mehr schocken. Das ist völlig unmöglich. Das werden wir sehen. Ich krieg das noch hin. Da bin ich mit. Schaffst du nicht, glaub mir. Ich krieg das hin. Irgendwas finde ich. Oh, Mist, ich hab nicht so lange Zeit. Das wird die letzte Aufnahme, glaube ich, in der Session sein. Marta, du musst die Spielzeuge raussuchen. Und ich mein nicht die Klassiker, sondern die... Ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Äh. Meine Ahnung, ihr habt zu viel Minecraft gespielt. Das kommt schon. Eine, eine Kuriosität. Eine Kuriosität im Waffen. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Mir blieb das Wort gerade hängen. So, die Festplatte hat kurz, äh, den Sprung gehabt. Ich muss eine SSD nehmen. Gibt's in meinem Kopf nicht. Kein Platz dafür. Ne? Also, ich, ich hab noch eine. Die kann ich, die kann ich implantieren. Kein Problem. Ob das was bringt? Ja, ich denke schon. Äh. Wow. What? Oh. Das war nur geraten. Lol. Also, es ist jetzt nicht das Schönste, ich weiß. Du kannst echt nicht zeichnen. Nein. Nein, nicht so eine. Es ist von einem anderen. Du kannst echt nicht zeichnen. Hä, das geht voll. Das ist definitiv eine Trauerweide. Natürlich. Jetzt muss ich lachen, ey. Alles ist eure Schuld. Ja, Masha vor der Fledermaus, nicht vom Engel. Oder vom Flügel. Ich weiß, trotzdem kannst du nicht zeichnen. Hä, das geht doch voll als Fledermaus. Das ist genau so. Deine Zeichnungen stinken genauso wie du. Hä, der. Was weiß ich, das geht voll als Fledermausflügel. Ach so. Oh, Leute. Das geht schon groß. Das war wirklich nicht. Ein Glück. Internet, okay? Internet. Internet. Ach, ach. 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 Und hier, ich kann ja keine Buchstaben malen, deswegen mach ich da Striche hin oder sowas hier. Was? Sieht ein bisschen apanisch aus. Ja, ein bisschen. Also, wenn du noch ein bisschen was abrundest, dann kommt's hin. Davon gibt's quasi, von den Machern gibt's halt quasi viele, 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 viele. Das ist ein Symbol. Das ist ein Software-Symbol. Was? Benutzen YouTuber, Benutzen Zeichner, Benutzen Fotografen. Oh, gibt Lied drüber. Was? Und ApoRed, genau. Ja, ApoRed hat ein Lied drüber gemacht. What? Hat's nicht ne andere Farbe noch? Ne, das hat nur die... Ich seh's ja grad hier unten bei mir, deswegen. Ja, aber gibt's nicht noch ne andere Farben? Ja, es gibt, es gibt halt die anderen Versionen davon, aber wenn sie das nicht erraten, quasi, ist es egal. Ja, dann haben's ja echt Problem. Aber du hättest schon nen Buchschlappen reinkriegen können, also. Fotogra... Ne, ich will jetzt extra trennen. Wer arbeitet heutzutage mit Photoshop? Ich. Ich hab doch nie mit Photoshop gearbeitet. Ja, aber das Lied kennst du das nicht. Ich auch nicht. Ja, aber deswegen sag ich ja, YouTuber, Zeich, Grafiker, sowas hier, benutzen das gerne. Ich hab noch nie mit Photoshop gearbeitet. Ich hab's noch nie gebraucht. Ja, einige benutzen Gimp-Alternative für... Meine sämtlichen Bilder sind so schon... Meine sämtlichen Bilder sind so schon gut genug, die ich mache, da brauche ich kein Photoshop für. Heißt, sie sind so hässig, Photoshop kann das nicht mal regeln. Ich hab auch, sie sind Photoshop geöffnet, geil. Geil. Ach du Scheiße, zwei Wörter. Es sieht irgendwie aus wie ein Burger. Burger King. Ah! Diese Scheiß-Worte kommen dir schwer zu zeichnen. Nicht? Okay, da muss ich jetzt einen Buchstaben abwarten, weil ich da mal zuordnen kann. Äh... Gut, das hilft mir nicht weiter. Ich will mir auch nicht. What? Hä? Ey, ich bin der Fastfood-Experte auf Doom und ich komm noch nicht klar? Ist das eine amerikanische Kette? Ich glaub nicht, wann das so eine Kette geht. Kentucky schreit Ficken. Oh, der war lustig. Snucki! Dann musst du in Mascha alles wieder rausbiegen. Ja, ist echt so. Ähm... Wir haben keine Ahnung. Ähm... Ah, 18 Sekunden, dann wird's ja aufgelöst. Äh... Hä, gib uns doch mal einen Tipp. Äh... Es ist eine andere Art von... Fastfood, wie man's anders beschreiben würde. Zu spät. Ich kenne übrigens nur Paint.net und Gimp. So ein Scheiß wie Photoshop nutze ich nicht. Der Photoshop ist cool. Das Einzige, was ich für meinen Kanal benutzt hab, das war... äh... Das war ein Foto, was? Fotoscape. Hab ich dafür genutzt. Oh Gott. Oh Gott, ist das altert... Also... Das... Ja, das... Es funktioniert aber für mich noch, weil ich... Nicht nur, wenn ich mal einen Scheiß einfühle. Dafür reicht das. Das ist eigentlich ganz gut. Das kann man nicht kriegen. Ja! Echt jetzt, äh... Damm lässt er durchgehen und sagt nicht, das ist Teil des Wortes. Meistens, wenn's knapp ist, dann ist es nur, weil ein Buchstabe fehlt oder falsch ist. Man hat so ein komisches Baum. Und... Äste. Ohne Blätter natürlich, weil Blätter gibt's hier nicht. Und dann, äh... Okay, das ist sehr creepy. Das ist... Sollte ein Quadrat werden. Ich war schneller! Ich war schneller! Wieso bin ich auf Platz 3, verdammte Kacke? Ich muss mich mal ein bisschen... Ja, verdient. Neeeer! Doch! Das ist das Crapping-Stand, was ich hier gemalt hab. Diese ganze Liebe hier, die... Orientiert mich, die irritiert mich. Ja, ja, jetzt ist schon wieder wir. Ja. Immer sind die anderen schuld. Ja! Ja. Richtig so. Nee. Scheiße, die. Scheiße, die. Scheiße, die. Fleck. Nee, äh... Brocken. Hirn. Nein. Wow. Ha! Wow! Really? Wow! Oh! 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 Da, hier, da, da... Äh, warte mal hier. So, da, da rum geht's hier! Um so etwas geht's, um diese... Um diese komischen Dinger! Die man hier mal im ganz schön übeler Kopf schmeißen kann, wenn man das will. Oh, das tut ein bisschen weh. Jetzt hat das Platz... Wenn man's richtig... Wenn man's richtig macht nicht, wenn man's richtig macht, geht's gleich durch! Das ist doch ein richtiger Weg. Das ist doch ein richtiger Weg. So, Alter! Das ist ein Bestandteil! Das ist ein Bestandteil davon! Was du geschrieben hast! Stein! Stein! Ne, mich hat echt gewundert, dass Stein, ne, also die Mehrzahl durchgelassen wurde. Äh... Also ich kenn das Programm halt immer so, dass es dann gelöscht wird, wenn's zu nah dran ist für alle anderen. Ne, wird's nicht. Dann sagt er nur dir selber, dass es nah dran ist! Ja. Aber die anderen sehen das so. Ja. Die anderen sehen dich, dass es nah dran ist, diese sind aber das Wort. So... Wie immer meine wunderhübschen Menschen... Ah, wunderschöne... Masha wieder am Selbstporträt. Das ist gut! Määa... Määa... Sattet? Sattet? Määa... Das ist die Putzilei! Ach, scheiße! Ja, das finde ich. Hute? Was ist denn Hute? Äh, Hute. Was soll das denn sein? Es sind Haare hier an der Seite und es geht halt um das hier oben. Ossarix! Oh, Alter! Das da geht's! Da! Das! Was ist das? Boah, Alter! Das war der letzte Moment. Ich kann eigentlich besser zeichnen, wirklich! Natürlich kannst du das. Das ist schön eigentlich für Skribbel, es ist echt gut. Ich bin besser darin. Ja, ich bin eigentlich auch besser bezeichnet. Was soll das denn werden? Ha, ha! Hä? Äh, ja. Ich bin gut. Ich bin einfach gut. Ja! Alles okay. Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? 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 oder einmal schüttelt ich muss gerade kurz überlegen ob er das so annimmt das ist in dem fall wirklich nur die schreibweise orientiert euch mal an den oberen wort dort oben wer das wer das nicht wer das nicht kennt du musst halt diesen bindestrich da ich habe es sogar zuerst geschrieben aber nicht darauf gedacht dass ein bindestrich rein muss ich hatte halt pacman ohne bindestrich geschrieben das ist kacke ich sehe schon wieder so was ich bin ich hoh das ist nichts neues erinnert mich irgendwie an bimsen der statt schlüssel eine schüssel gezeichnet hat die ganze zeit zum schüssel geraten sonst war es immer close und kam nicht drauf dann geht es hier so richtig crappy rein was ich habe vorhin auch gedacht es ist ja was ganz anderes okay nein es ist kein helikopter ich wollte eigentlich was anderes zeichnen aber da habe ich nachgeguckt habe ich noch ganz was anderes zeichnest du jetzt einfach so oder zeichnest du auch das wort ne 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 das ist schon das wort also die haben besonders lange flügel und keinen antrieb ein segelflugzeug ja fast ich habe es alles klar ach oh god da muss man erstmal drauf kommen ja da macht es wieder die schreibweise so ein bisschen wird ne ja man weiß es geht um die person da drinnen ah stimmt bin ich wohl ja ja dann könnte man auch wieder auf pilot kommen es geht halt um das flugzeug und wie heißt der pilot von diesen wie nennt man pilot jemand der im segelflugzeug fliegt ist ein segel steuermann steuermann segelsteuermann ja da sollte ich marschall wir müssen mal wieder ttt spielen ok bist du müder als ich oder gelangweilt ähhh deine mama ahhh ok naja was achso lol du hast mich abgelenkt vom denken sarix Jetzt hat Poison vor mir immer gemacht. Jaja, die machen nimmst die anderen. Immer. Ich so. Alles Marta's Schuld. Uff! Das war's einfach. Uffel. Pingpong. So. Das steht halt aus zwei Wörtern. Ah. Das ist aber echt. Das ist ne schöne Idee. Das umzusetzen. Was waren eigentlich die anderen Wörter? Oh, Vitamin. Und noch was. Das weiß ich glaub gar nicht mehr. Alles klar. Ich warte nur, dass DNA kommt. Dann kann ich was schönes malen, was keiner erkennt. Also wie immer. Da, das hier quasi. Nein, aber nicht weil es hässlich gezeichnet ist, sondern weil's keiner erkennt. Keine Reaktion. Ich dachte, das wär ein Straßenschild. Und keine Lupe. Was? Nein, ich hab extra unten in 6 und dann viel vergrößert gemacht. Hätte ich vielleicht Lichtstrahlen reinmachen müssen, wie das in 6 verbrennt. Ja. Wow. Äh, das war schon nicht so gehässig. Ja, Viecher. Ich hab sowas noch nie... Ich hab das nie gemacht. Nein, das war Spaß. Nein. Das war Spaß. Hast du mal Kühe umgeschwubst, Marsha? Nein. Ich bin lieb zu Tieren, auch wenn ich Insekt nase. Und Max eine tolle Geschichte erzählt, wie sie Kühe umgeschmissen haben. Easy. Easy going. Und dann anstatt nicht der Kuti Bullen dafür starben. Was ist das? Was? Jetzt frag ich mich auch gerade. Was soll das sein? Killerhase. Was? Ähm. Mickey Maus. Michael. Mama ist ja nicht. Fuck Spani. Äh. Ja. Leute versuchen wir's mal zusammengeschrieben. Ah. Nein! Was ist das denn? Das ist nicht richtig. Und ich schreib's auch noch falsch. Oh. War doch ganz einfach. Wow. Wie was stimmt. 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 Ja. Der Haar sieht anders aus. Und auch Osterhaar sieht anders aus. Was? Der war doch total freundlich hier. Keine Ahnung. Was? Was? Ja. Nice one. Ist so easy. Wow. Auf. Alles klar. Keine Ahnung. Weiter. Na come on. Also sag ich's. Du bist in der Nähe. Also. Ja. Könnt man auch so sagen. Bist du in der Nähe. Sag ich's. Du bist in der Nähe. Vielleicht hast du auch einfach nur ein Buchstaben dreher. Ah. Alter. Ja. Ja. Ach ey. Das ist so ein Dreck. Wie zum Fick. Wenn man bitte ein Diplom mal ein. Alter. Was ist denn hier los? Ein Typ mit einem Anzug. Verstehe dass du das nicht weißt. Weil du nie eins erreichen wirst. Ne. Weil man's heute nicht mehr Diplom nennt. Was ist das? Das ist ein sehr crapiges Boot. Ähm. Das ist doch kein Boot. Es ist hässlich. So einfach. Was ist das? Zeichne dich doch nicht immer selber. Ist mal ohne Witz. Was soll das denn sein? Warte an. Es geht um diese Person hier. Die da. Hä. Ah. Na. Guck. Geht. Ja. Geht. Ist okay. Gerade. Nein. Kann man so gelten. Gerade wie sieht der Hut aus. Wir haben doch mal so einen eigenen Hut. Unterschiedlich. Kommt drauf an. Ja. Aber da gibt's einen ganz typischen. Und einen dicken langen Maus. Ja. Den wirst du so nicht zeichnen können. Das kriegst du dich geschehen. Das geht so. Es sieht so aus wie eine Pfanne. Aber es geht. Man muss dafür zu sagen. Oh. Captain. Captain Cook. Ah. Frag mich. Ah. Ich hab so schön Captain Cola. Oh. Frag mich bis jetzt. Hey. Cool. Aber heute im Angebot. Die hab ich geholt. Leute. Ich gebe. Wenn ich jetzt. Wenn ich anfange zu zeichnen. Gebe ich euch. Mach. What? Easy. Ah. Richtig gut gezeichnet. Ja boi. Alter. Ist das für ein Griff? Ein ganz spezieller Griff. Shit. Ja. Ich komm vom Vierten nicht runter. Keine Chance. Nicht erraten. Er kriegt Mascha keine Punkte. Okay. Ich lass es verfallen. Nein. Das kann ich Mascha nicht antun. Nee. 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 Ha. Ich war schneller. Ja und? Ich hab was tausend Punkte mehr als du. Sag ich's. Ha. Dieser Bereich. Der gerne mal weh tut. Der gerne mal weh tut? Ja. Wie man dumm ist. Einmal falsch dreht, dann hat's knackt. Dann ist es durch. Dann ist ab die Hand. Das geht auch. So schön an der Dreck. Nein. Ah. Ja. Auf Grenzen gerade. 5.000 Punkte glatt. Verdient. Danke. Dann bedanke ich mich wieder bei meinen Mitspielern und bei meinen Zuschauen fürs Zusehen. Die streckt mich gerade, während ich das sage. Echt unhöflich. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei was auch immer. Ja, war so anstrengend. Tschüss. Ciao. Ciao.